Wie meistens sogar die Spielerfrauen waren. Guck dir das mal an, ey. Bei uns ist es Hausfrauen-Touren. Da sag ich eben noch, die Frauenmannschaft macht die Waren. Das hat doch ein Gummi hier. Das ist so eine Sauerei. Während dem Spiel, wer war das, ey? Den kriegst du, ey. Unfassbar, ey. Sag ich eben noch, hier wichst sich keiner ein. Hier bumsen sie direkt auf dem Platz, oder was? Unfassbar. Wir haben hier Leute gehabt, die haben sich einen runtergekallert. Dann haben wir den einen in der Kabine rausgeholt. Der hat sich zu einem Schlümpfenein runtergeholt. Der kann hier noch nie mehr aufstellen, den Typen. Ist so.